So wie es abgesprochen war, 800 vor Schluss, die Attacke. Wir treffen Konstanze Klosterhäfen in der Kirche in Thomasberg. Ein Ort, an den ich gerne komme, vor allem wenn ich viel unterwegs bin. Ich bin hier zur Kommunion gegangen. Und sie ist wohl die schnellste deutsche Messdienerin. Da kriege ich nochmal Kraft und auch wenn man vielleicht ein bisschen an sich zweifelt, dann kann man halt einfach nochmal darauf vertrauen, dass, also, ja, es hört sich immer ein bisschen komisch an, aber dass Gott einem so beisteht und Zuversicht erhält, ja. Und ich glaube, du hast hier eine Riesen-Fangemeinde, ne? Ja, wenn dann nach der Messe dann mal jemand gratuliert, das ist das natürlich schön, aber ja, sowas hat hier halt dann auch keine Bedeutung. Das ist irgendwie auch schön, dass man hier einfach dann man selbst ist. Koko ist. Ja. Wer darf Koko sagen eigentlich? Ja, eigentlich alle. Also, ich höre es eigentlich gerne, weil Konstanze ist ein bisschen lang. Und, ja, am Anfang war es nur mein Bruder und mein Papa und, ja, jetzt hat sich das so übernommen und, ja. Das ist Bocke-Roth. Konstanze Klosterhäfens zu Hause. 508 Einwohner und die schnelle Koko. Hier startet sie ihre Läufchen. Gerne auch mal 18 Kilometer. Wenn ich dann irgendwie hier wieder meine Dauerläufe mache, dann hupen immer manche und dann winken mir zu. Und, ja, also die meisten waren eigentlich sehr begeistert, auch wenn ich es ja dann nicht ins Finale geschafft habe. In London lief sie der Konkurrenz 800 Meter vor dem Ziel davon, wurde aber am Ende wieder eingefangen und verpasste so das Finale. Würdest du das nochmal genau so machen oder willst du es jetzt anders machen? Ja, also grundsätzlich denke ich, war es schon eine Taktik, also es ist schon eine Taktik, die in so einem Rennen gut sein kann. Aber jetzt in dem Rennen hätte ich vielleicht doch ein bisschen länger gewartet, weil das Anfangstempo halt schon relativ hoch war. Und, ja, es halt einfach nochmal eine andere Konkurrenzsituation ist, als dann in der Jugend oder so. Zum Laufen ist sie durch ihre Brüder gekommen, aber denen rennt sie inzwischen weg. Die haben es eigentlich aufgegeben, mich mit zu laufen. Die gehen da lieber ohne mich laufen und sagen auch schon immer, dass sie da stolz auf mich sind. Was sagen denn so deine Freundinnen dazu? Oder ein Freund? Hast du einen Freund? Nee. Keine Zeit? Ja, also in der Saison hat man dann nicht so einen Kopf dafür, aber meine Freunde unterstützen mich da auch super und fiebern immer mit. Wenn ich dann wieder hier bin und mal Zeit habe, dann treffen wir uns und gehen Kaffee trinken oder so. Sagen die auch schon mal, bist du aber bekloppt mit deiner Laufbahn? Ja, kommt auch schon mal vor. Aber doch, also alles in allem finden sie das schon auch cool, dass ich das mache und ich da auch so viel rein investiere. So, das ist hier dein Reich, wenn du mal da bist. Genau. Bist du noch zu Hause? Ja, ich komme oft am Wochenende hier zum Laufen oder so. Jetzt in der Saison bin ich natürlich auch hier unterwegs oder in Trainingslagern. Und du studierst an der Spur in Köln, Sportjournalismus. Wenn man jetzt aber eigentlich so vom Laufen kommt, sind ja manche Sportarten ein bisschen schwierig, oder? Genau. Wo hängt es? Also, Touren war ein bisschen schwer, aber das habe ich schon geschafft. Ja, jetzt muss ich noch Kugel stoßen und beim Schwimmen noch ran. Das heißt, du musst hier noch ein bisschen was an Eiweiß zu mir nehmen. Genau, ja. Du bist bestimmt oft die Frage gestellt, wie ist das so mit Magersucht? Ja, klar, da wird immer gefragt, ja, du bist so schlank und läufst so viel, musst du da nicht aufpassen. Also, wir werden ja auch religiömäßig untersucht und Gesundheitschecks werden immer gemacht. Also, da haben wir gar keine Chance eigentlich abzudriften. Und ja, nee, also, wenn wir nicht genug essen würden, dann hätte man auch keine Energie, um das Training durchzustehen. Und deshalb, ja, passt das. Was ist dein Lieblingsessen? Hast du noch was? Ja, auf jeden Fall Pfannkuchen und Milchreis. Aber, okay, da siehst du jetzt nicht nach aus. 48 Kilo bei 1,74 Meter. Modelgewicht. Dreimal war sie schon auf der Fashion Week. Wow, sag mal, kannst du da drauf laufen? Ja, also, habe ich auch lange geübt. Aber jetzt kein Viererschnitt, ne? Nee. Hast du das gebraucht, so für den Laufsteg, diese Höhe? Genau, also, hier so das in meinen Hüsten. Wow, oh, Hilfe. Also, keine Angst, dir den Knöchel zu brechen? Nee, also, wenn man es ein bisschen trainiert, dann geht das eigentlich und, ja. Wie kamst du dazu? Das war auch über eine Freundin, die wurde angeschrieben damals und war aber selbst zu klein und hat mich dann vorgeschlagen. Oh, das ist ja gemein. Ja, da bin ich auch immer noch sehr dankbar und ja, dann war ich da in der Agentur und es hat mir Spaß gemacht und ja. Shoppen liebt die 20-Jährige, genau wie ausgehen. Dein Papa hat erzählt, du trinkst keinen Alkohol? Nee, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken oder so, also, das reizt mich nicht und wir haben auch, also, meine beste Freundin trinkt auch keinen Alkohol und wir haben trotzdem immer die Nacht lang auch Spaß. Ja, ich habe auch noch nie, 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 ich habe auch